Maggie, bereit ist kalte Wasser zu springen, ja? Ehrlich, Hammer, ich würde lieber Ihre hässliche Visage in den Brunnen werfen. Wirklich? Ja, wirklich. Wow, wie schade, dass ich hier oben bleiben muss. Ich muss ja dafür sorgen, dass wir es nicht versauen. Wir sind so dicht dran. In weniger als einer Woche. Wie viele Jahre haben Sie gebraucht, um ihn nicht zu finden? Nils.